Wir fehlen noch 10 EP bis Level ab. Welches Level bist du dann? 8 auch. Ah, okay. Ja, jetzt 7, du auch. Ja, aber ich bin ganz am Anfang im Level. So. Ja, ich hab halt die erste Karte einmal gespielt, vorher. Hm. So, müssen wir noch alle ready machen? Ja, ich hab da in der Mitte nur noch eine Mine hingepackt. So. Kommt hin, bitches. No, einer kommt durch bei mir. So. Meine sind alle tot. Meine. Meine auch. Ja, wo kommen denn dann noch welche? Ah, hier kommen noch welche hinterher bei mir. Ah, ja, bei mir jetzt auch. Wow. Ja, gut, die Pimmsfalle sind ich kurz im Prozess gering gemacht. Ah, ist ja gut. Das sind wir jetzt hier alle Drohnen ausgeräumt, Jan. Nein, nein, ich stehe hier nur. Hier ist das nicht so ein Schwert, ne? Hier ist noch ein Stab. Ja, ich hab einfach ne Gatling. Hier ist noch ein Schwert, Julian. Jo, ich komme. Ich kann, ich krieg nur Schwerter für Level 60. Ich krieg nicht ein einziges Schwert, was ich benutze, aber immer noch das Anfangsschwert. Ich hab schon drei oder vier neue Waffen gekriegt. Wir müssten dann mal starten, ne? Ja, ich muss grad immer noch eben bauen, wenn ich darf. Ach so, ja. Ich mach hier noch so Schilde. Ich spar grad mal. Ich bin jetzt auch Level 8 geworden. Ich kann jetzt auch ne Feuerfalle. Ja, ich kann hab ungeschützt bauen. Das brauch ich auch, glaub ich, mal. Ich kann halt bis jetzt diese Minen, dann die Giftwölkchen und halt jetzt ne Feuerfalle. Ab Stufe 15 kann ich, glaub ich, was Witziges. Nein, damit kommt jetzt keiner mehr. Ne, gar nicht. Ich bin immer noch Level 7. So, ach so. Ich mach mal Ready. Obwohl, ich glaube, hier ist schon vorbei. Die Mitte ist dicht. Das will ich mir angucken. Ich mach jetzt Ready. Naja, stimmt. Bei mir, ich hab jetzt ein Harpunengeschütz hier stehen, sonst nichts. Boah, die Minen gehen aber gut ab. Ey. Ich tritt aus, was ich immer behe. Ich möchte nicht, dass ihr mehr macht. Hey, was machst du denn hier? Abstaugend. Das seh ich. Also ich bleib da die ganze Zeit vor meinem leeren Eingang stehen? Ja. Das ist komplett leerer Eingang, dann kommen ja noch welche. Hier ist auch noch ein Stab. Ich glaub, meine sind jetzt alle tot. Ey. Die sind ja am Dings. Wie sind die denn da hingekommen? Keine Ahnung. Von Timster. Was? So aus. Das glaub ich nicht. Okay. Überzeugt. Ein Schwer. Und bei den Fernkampfwaffen ist es auf jeden Fall ein bisschen bescheuert, das Nachladen. Also es dauert einfach ewig. Wo ist ein Schwert? Da, irgendwo. Ach, hier. Ich werde das für Level 60 und ich kann das nie benutzen. Oh, für Level 60. Das ist doch voll der Witz. Und warum krieg ich denn nicht ein einziges Schwert, was ich mal benutzen kann? Ich versteh nicht. Ich darf jetzt mal ein bisschen Overkill noch um den... Was interessiert das überhaupt? Der Nexus? Der Kern? Irgendwie sowas, ja. Eternia. Das ist halt, entschuldigung. Ach, hier hast du es zugemacht. Hier oben. Ja, ja. Und da links und rechts ist noch die... Sehr gut. Sehr gut. Bereit? Jupp. Oh, ich hab noch nicht gemacht, ja. Aber ja, ich geh jetzt. Hier liegt immer noch ein Stab bei mir. Geht los. Nein. Ich werde bei Jans kommen voll viele durch jetzt, wenn er nicht da ist. Das ist ja kein Dicken hier, die machen nicht. Ordentlich viel Schaden, die halten auch ordentlich viel aus. Muss man sagen. F***ing hell, wie viel kommen denn hier? Alter, die hauen hier meinen... ...meinen... ...Makunbeschützt kaputt. Was fällt euch ein? Ja, ich muss mir auch schon zurückziehen hier nach oben. Krass, die Feuertürme von mir. Die machen einfach groß los 400 Schaden. Okay. Das lass ich durchgehen. Noch eine Rüstung bei mir. Einer lebt noch irgendwo. Hm, hier bei mir. Okay. Ich muss nur nachladen, wie gesagt. Das dauert locker mal 10 Sekunden oder so. So. Brrrr, was tun? Das wird richtig hier schon ein bisschen früher anfangen. Hm, ich wollte eigentlich auch noch unten was bauen. Schwert für Stufe 14. Das kann ich ja irgendwann mal weit benutzen. Hier ist ein Stab. Oh, ein Stäbe. Hier ist auch ein Stab bei mir. Die ich alle niemals benutzen kann. Hier hinten liegt auch noch ein Stab bei mir. Was ist denn der jetzt mal? Ah, ich sehe nichts. Hier ist noch irgendwo Mana. Ich glaube nicht. Ich würde ganz gerne meine Sachen... Oh, eine Hochlevelung. Hier ist eine Rüstung. Überraschend ist er. Na, schon gut. Hier in der Mitte liegt noch ganz viel. Einschließlich des Schwerts aus Final Fantasy VII anscheinend. Nice, das brauch ich. Ähm, gibt es irgendwie eine maximale Fallenanzahl oder so? Ich glaube rechts bei Abwehreinheiten. Ah, okay. 79 von 80. Wohin gibt es noch ein Schwert. Ach da. Oh ja, das sieht echt aus. Ne, für Level 60. Ich hätte es gedacht. Sonst auch irgendwo ein Schwert. Ich glaube, wenn man die Karte aufruft, dann sind das die kleinen schwarzen Punkte. Die kleinen schwarzen Punkte. Hier ist noch ein Schwert. Für Stufe 1. Für Stufe 20. Jetzt geht es aber los hier. Wo ist das, was an den Icons steht? Heißt das, das ist ein Schwertstufe 1 oder das ist ein Schwert der Stufe 1? Gute Frage. Oh, das ist auch besser als meins. Jawohl, es hat mehr von dem Rückschlag, dafür weniger Schaden. Ich spreche den nicht mal in die Box hier. So, also wegen mir können wir anfangen. Jetzt gucken wir, ob irgendwas überwählen werden muss. Ich nehme jetzt die Armbrust. 88 Feinde kommen ja jetzt raus. Hä, 256 steht bei mir. Ja, 88. Ja, 88. Ach so, ja stimmt. Alter hat er. Wenn ich die ersten umgebracht habe, werde ich mir dann noch hier schön den Rundumschlag erstmal aufheben. Der haut richtig rein. Ich kann mich unsichtbar machen. Wow. Der macht halt an allen super viel Schaden. Und der ist schon auf Stufe 6 einfach. Na dann, hopp dafür, wa? Und los. Ich schieße nur noch von hier oben. Ich gehe nicht mehr da runter. Ja, habe ich. Mach ich auch schon die ganze Zeit. Kommt her, ihr Monster. Alter. Das ging ja mal absolut nichts. Alter. Ich kann von hier oben einfach mal abstich überhaupt nicht schießen. Ach du Kacke. Diese Raketenleute, die sind fies, ne? Ja, die haben mich einfach in die Luft gejagt. Das ist ja super scheiße als Nahcamp. Okay, der eine Typ rennt einfach an meinem Ton vorbei. Ach, das ist deine Seite, Tim? Ja, das ist meine Seite, ja. Okay, ich werde nie wieder sagen, wir können das Spiel doch ein bisschen schwerer machen. Man merkt schon, dass es gerade das Tutorial-Level war, ne? Oh ja, die kommen bei mir in die Mitte schon. Ja, bei mir auch. Ich bin tot, auf meiner Seite kommt einiges oben an. Aufwerten! Also ich habe auch noch hier ein bisschen zu tun, also ich kann noch nicht bei Tim gucken. Ja, ja, ich habe auf der Seite den Feuerballturm stärker gemacht, der schießt jetzt für 600. Ich mache bei mir mal sauber. Was? Ja, auf meiner Seite. Warte, ich kann halt nichts mehr machen. Das ist halt das Problem. Ich kann als Türme quasi nur Fallen platzieren. Und wenn die einmal weg sind, dann habe ich es quasi fast nie neue zu platzieren, weil hier alles voll ist. Ja, ja, ja! Alter. So. Müssen wir jetzt reparieren auch wieder, ne? Ja. Oh, erstmal aufsteigen. Hier ist ein Zauberstab. Noch ein Zauberstab. Warte, ich wusste, ich wusste, dass das ganze Bader jetzt ist, aber gut. Ich muss jetzt erstmal das ganze mal aufsammeln. Ich war mal auf Tims Seite noch ein bisschen los. Hier ist noch ein Katana. Hier ist noch ein Zauberstab. Hier ist ne Armbrust Hier ist noch ein Stab Wo ist die Armbrust? Bei dir da? Ach hier So, ich geh jetzt mal bei euch nochmal gucken wegen Schwertern Ja, da lagen noch ein paar Noch einer Mana übrig Hier muss noch repariert werden 30, wo denn? Hier vorne direkt? Ja, vorne in der Mitte, genau Diese Barrikaden Ach, da liegt noch ein Katana Ein pinkes auch noch Noch mehr Zauberstäbe Stufe 60 Das war eine Überraschung, oder? Das liegt aber klar, nix mehr da Ach, ne Gasfalle So, repariert ist Wo muss noch was repariert werden? Ich glaub, ich hab alles Oh, ach, ok, ist entscheidend Ich hab jetzt mal mehr auf Tims Seite noch Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ärgerlich irgendwie Ich kann halt nur Fallen machen Das heißt, ich muss die nach jeder Runde neu platzieren Weil die halt Harpoon-Dinge auf deiner Seite sollten das ja einigermaßen in Schach halten Einigermaßen Ja, ja, das klappt Also Naja Gut Besser wird's nicht Ah, warte Ist das so gedacht, dass man jetzt während der Während der Dings die Gegenstände verkaufen kann Und kann das Manuel dann dafür nutzen? Wahrscheinlich Wahrscheinlich, hab ich grad schon gemacht 25 Alles schlechter 60, 27 12 Verkauf ich jetzt nicht, ich erinnere alles Wurde meiner Bank hinzugefügt Ja, aber ich will das nicht in der Bank haben Ich will das meiner jetzt haben Wieso geht das nicht? Oh, die Runde geht schon wieder durch Auf eure Position hin Ihr fucking Monster Was haben denn diese Godwin-Führung-Probleme? Wie haben die denn plötzlich 450 Energie? Na, so bin ich gerade auch